hallo liebe youtuber ich werde euch heute das mac group me 1202 mit heute zeigen so sieht es aus hier ist der regler für die lautstärke hier hat es zwölf eingänge und vier mikrofon eingänge das kann man alles separat steuern bloß nicht da drauf drücken jetzt muss ich ja mal selber gucken bloß nicht da auf phantom drücken dann leuchtet es rot gesehen dann leuchtet es rot das darf man nie drücken tape to mix dann gibt es hier noch ein paar andere knöpfe von kopfhörer hier oben kann man den anschließen da habe ich ja noch hier ein stecker drin das mischpult ist bewusst und wie soll man sagen stabil man kann es hier über regeln ob man von links oder rechts hören möchte auf der box oder lauter und nicht so laut ja das rauschen für der größe ist supi man hört gar nichts jeder regler geht auch sehr leicht hoch und runter und ich empfehle es weiter und wir sehen uns dann wieder beim nächsten clip in hd tschüss und danke an meinen kameramann